Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Let's Play Assassin's Creed. Auf jeden Fall, wir machen weiter mit dem verlorenen Glück. Jetzt möchte ich gerade auch gucken, wo die Mission ist, die ist da vorne. Habe ich mir was in der Nähe, weil ich bin ja ganz faul. Ich laufe ja so wenig wie möglich. Also reisen wir nach Scythe. Ja, für Lackes sind wir da ja natürlich, klar, aber wie gesagt. Zehn gibt es insgesamt. Zehn gibt es insgesamt zwischen Level 20 und Level 40. Einen haben wir. Den zweiten werden wir uns irgendwann in den nächsten Folgen jagen. Und da müssen wir gucken. Nein, im 30er sehe ich schon, der unterwegs noch ist, weil das ist natürlich jetzt unsere, nicht wirklich unsere Welt. Aber wir gucken jetzt mal hier mit der nächsten Mission. Dann habe ich das verlorenen Glück. Ich rede weiter an dem Quiz. Darf ich dich gestören? Harkovs Assistent Nessa Moon brachte eine Bierlieferung die südliche Straße runter. Aber er kam nie in Yamou an. Bitte, kannst du ihn suchen und sehen, ob es ihm gut geht? Ich sehe es mir an. Wir suchen uns. Ich habe gedacht, um Sachbett zu ehren. Wenn er es getrunken hat, wird er ausgepeitscht. Wir haben unser neues Reittiermal in Aktion. Wir wollen natürlich jetzt Nessa Moon finden. Dieser Moon hat immer die südliche Straße Bier nach Yamou geliefert. Ja, ist doch die hergekommen. Wir waren wahrscheinlich auf den Grund gehen müssen, was los ist. Natürlich ist er gefangen. Aber es ist eine Überraschung. Aber es ist eine Überraschung. Das ist für uns auch keine wirklich hohe Mission. Ah, ein King dabei. Eine Hauptbahn quasi. Aber nichts ins Weltbewegende ist. Es sind jetzt meiner Meinung nach, dass ich das richtig spreche. Da steht einer, da pennt einer und da läuft einer. Na dann, machen wir das doch mal glatt. So. Ich vermute, dass der Hauptmann, wenn ich gesagt habe, will ich ganz ernsthaft wegholen. Diese Schakale werden die Menschen in dieser Region weiter ausbeuten. Ich muss mich um sie kümmern. Warte, was ist der? Ja, das ist der. Diese Zone ist tabu. Ja, wohl nicht für euch. Keine Sorge, ich kriege euch schon noch. Fresse jetzt. Hau mal die Klappe gerade, bitte. Aber auch noch, so allerletzten Moment. So, dass ich mehr? Hau mal da rum. So, sprich mir nicht Samun. Du darfst aber auch mal. Jetzt. Bist du ein netter Mohn? Hol auf. Happy sei Dank, ja. Was war denn? Ich brachte eine Bierlieferung nach Jamu und plötzlich kamen diese Wasser. Und? Ja, schon gut. Ich bin kurz eingeschlafen. Trotzdem, die haben einfach alles ausgetrunken. Und bedroht mich zu töten, wenn ich nicht mehr für sie brauche. Hm. Bring die Ochsen zurück nach Sais. Du hast eine neue Lieferung vorzubereiten. Schlaf diesmal unterwegs nicht ein. So. Quest abgeschlossenes Verlore ohne Glück. Und wir haben Level 22. Und damit könnten wir Ptole... Ptolemaeus Faust jagen. Reitjuritisch. Können wir uns jetzt weiter der Philakis jagen. Oh, noch einen, der will. So, dann machen wir doch mal hier glatt diese Nebelwand. So, gut. Dann haben wir hier oben noch... Den Steuermeister. Ja, wir machen jetzt momentan ja so ein bisschen mehr auf dem Gehör. Bevor ich jetzt einfach mal weiter Hauptquests zu machen. Wir könnten natürlich jetzt im Zahn natürlich gute Hauptquests machen. Aber ich habe jetzt gerade gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich mache lieber der Mission. Ja, wie liegt das jetzt gerade so ein bisschen im Flow? Gut. Dann haben wir das auch. So, und in der nächsten Episode... Ja, aber die sehr, sehr kurz manchmal ist. Das ist halt leider so. Geht's dann? Oder auch nicht? Nein, geht's trotzdem hier erst weiter dann. Bis dann. Tschüss.